Ja, du lachst, du lachst, du lachst Scheiße, Alter, Maaan! 0 ausgegangen? Oder der Keller übergeschwappt? Ach da, du kriegst gleich die Rückhandemst, ja. Sag mich nicht. Ganz ruhig, Teamyboy. Man könnte jetzt mal voll fies fragen, Tim, macht's Spaß? Ja, sehr viel. Komm einfach mal wieder rein, das geht schon, Timmy. Wir helfen nur mit der Verbindung unterbrochen, wir helfen nicht, ich würde wieder reinkommen. Das hat aber immer noch mehr Abschluss als Chaos. Bis jetzt läuft's gut. Ja, läuft gut. Ich will dich besser aus sein. Ja, für dich, Tim. Boah, das reicht schon mal. Boah, das reicht schon mal. Dankeschön, ich hab ja einen Zombie. Jawoll! Das gibt Punkte. Gib alles. Jetzt will ich eigentlich nur Deadshot oder... Ne, Quick Revive will ich. Bulle Kick. Ja, Deadshot geht auch noch. Jule Kick wär auch geil, stimmt. Kommt mal hier ab, mein Jagger, Alter. Entschuldigung, dass ich vielleicht ein höflicher Mensch bin und versuche, dich zu unterstützen. Unfreundlich. Ja, du blöd, du, du nervst mich nur. Mann, Timmy. Die rennen alle kreuz und quer. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Ja, ich hab ja für die Zwischenjahre. Auch kreuz und quer rennen. Eben. Ja, und dann eingeschwert werden. Das tut mir leid, ich fand das grad ziemlich witzig. Ja, hab ich mir schon gedacht. Na da. Dave, wie gehst du bei Jagger wegkaufen? Komm, mach mir noch die Zombies, Alter. Weißt du genau, Basti, was ich noch sagen wollte? Ich find das ziemlich schwul, wenn man das E-Stack-Chef, dass man keine 8 Dörks bekommt. Find ich auch. Weil die sagte, ihr werdet voll bezahlt. Ihr werdet reicher belohnt als je zuvor, oder so. Geh mal bitte nicht an die Kiste, ja. Ich muss grad nicht an die Kiste, ja. Ich will aber... Ja, dann, geh doch. Geh doch. Ja, ich muss den Zombietöten. Hab ich dein Geld. Du hast genügend Geld. Basti, du hast drei Waffen. Ich hab zwei. Bitte Tim, ne? Ich bin der DDR rum. Geil. Tim hat so ein Glück. Äh, Basti, Defendant, Defendant. Ja, weil die Viecher... Nein, haut ab, man. Nein, ich war mir ein Generator. Boah, weißt du, was hier kommt? Ja, ich hör das. Wir brauchen noch die rote Schallplatte, dann haben wir alle. Und dann? Was? Wir sind unterbrochen. Ich hab keinen Bock mehr, Mann! Hahaha. Oh, da ist ein... Oh, da ist ein... Oh, da ist ein... Hier ist ein neuer Grabspot. Ich muss ihn bekommen. Und... Sechs Perks. Ich bin so ein Gott. Bitches. Ich sagst du ein Perk mehr als ich, Alter. Hm, yeah. Oh, ich hab zwei, ich hab Muni, ich hab Muni und 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 Instacill. Na, mach beides. Sorry, Tim. Und ich hab Zombie-Blut. Du bist so... Basti, du bist so richtig doof. Weißt du das? Das sah so aus, als wärst du eng. Als wärst du eng. Als wärst du eng. Als wär's eng bei dir. Jetzt kill einfach. Knife jetzt ein bisschen. Knife, Knife, Knife. Go to him. Go to him. Ich bin eigentlich nicht irgendwas, wenn du alle rausbeugungen hast, nicht oder? Ich hab alle und da... Ja, doch ein Erfolg. Na, eben wollte ich auch was sagen. Erfolg bekommst du aber sonst nix. Ja, dann kann das sein, das Zocko. Und wie die Blut länger ist, als die normalen Perks, ja, ne? Mhm. Teddy Perk, juhu. Wo ich das das erste Mal bekommen hab, als du das gesehen hab, das Teddy Perk, dachte ich erst, warum nimmt denn der das nicht? Und dann wurde ich totgeschlagen. Gut. Gut. Der war ja Moon. Moon, ne? Bist du aufm Teleport, dann wirst du hoch, teleportiert und stirbst. Dann denkst du erst mal, what the fuck. Dankeschön. Das war echt das Beste. Ich hab mindestens vier Runden gebraucht, bis ich gecheckt hab, dass man da so nen Anzug nehmen muss. Ich dachte am Anfang immer, am Anfang dachte ich immer, man muss sich auf der Erde 750 zusammenschießen und dann die erste Tür, weil ich den ersten Anzug nie gefunden hab. Geil. Wisst ihr, wo Wunderfest Kugel ist? Ne, ich bin unter der Erde, ich seh das. Ich bin Generator 6. Ne, also ich hab die grad da weggekauft. Also, ist der Crazy Place eigentlich unter der Erde, oder ist er irgendwo im Himmel, oder? Unter der Erde, glaub ich. Ja, eigentlich sieht's ja unterirdisch aus. Ja. Eigentlich ist es total irrelevant. Haha, eben. Eigentlich ja. Boah, ich hab grad so viele Zombies auf einmal getötet, dass es voll geleckt hat. Ja, bei uns auch. Genauso wie 1918 und es gibt Riesenroboter. Jawoll! Macht Sinn. Fuck Logic, würd ich sagen. Wer braucht diesen Logik? Ey, ey, ich krieg hier zu viel, Mann. Kriegst du den, Emco? Ich bin bei Generator 3. Ja, dann lauf, ich bin bei Generator 1. Ja, dann lauf. Lauf du. Ja, das lauf dir beide, Mann. Ja, der soll einfach laufen, ich bin im Spawn. Ich brauch jetzt noch Geld und ne Waffe zu verlieren, Alter. Wenn ich versuch's, weiß, dass ich es schaffen werde. Run, Motherfucker, run. Gib alles. Bin wieder mit lebst du noch. Zehn Sekunden. Gib mir zehn Sekunden. Jawoll. Geil. All diese Standbilder. Hast du Aldi diese Standbilder? Aldi diese Standbilder? Aldi diese Standbilder. Aldi Standbilder. Ja, ich hab verstanden, Aldi diese Standbilder. Gut. Aldi, ja, aha. So. Jetzt hab ich sechs Perks, der Bautz. Hau. Oh, was? Was? Ich hab ein Xbox Live-Best dann. Es left your Xbox Live-Party. Es ist ja jede zehn Sekunden, man. Du wärst ja einfach alle aus der Party gehen, damit die Scheiße da nicht die ganze Zeit kommt. Ich hab die mit deinen Aronetten müssen das ertragen. Du wärst ja dauerhaft beigetreten, ja. Ich geh jetzt aus der Party raus, es reicht mir. Ja, ich geh in der Pause aus der Party raus, weil... Aber gar kein Stamm über mir. Ja, weil Baum. Ah, das macht Sinn. Doch, was? Baum. Weil Baum, ja, genau. Ey, Treyarch hat sich eigentlich selber in die Fresse gehauen, hier in dem Crazy Place, da kann man so leicht drunten rennen. Na, stimmt schon. Ich hab drei Waffen. Weil ich hab ne DSR. Fixed, go boss. So ist das gelbe Leitung. Hat jemand die Maxis-Throne, die ist in der Kirsche unten. Ich könnt die nehmen, wenn ihr wollt, also... Hat jemand die Maxis-Throne, die ist unten in der Kirsche, jawoll. Hat dich gedauert bei dir rum und belebt dich da, wenn du stirbst, oder wie ist da mit dem Ding? Ja, eigentlich... Wenn du down gehst, startet die automatisch und belebt dich, soweit ich weiß. Hast du das Video nicht gesehen, Tim? Mann, ey. Ich hab immer, ich hab nicht so richtig alle geguckt. Einmal aufgemacht, weiß und ein Like geklickt, das war's. Für mich war's genauso, nur dann Dislike. Ja, wuhre. Einmal ja, was genau so... Außer das Video, wo da stand, dass MKO der Gott ist. Das hab ich geliked. Das hab ich gedishliked, ja. Junge, Junge, Junge. Hab immer noch keinen Jugger-Mann. Nee, wir spielen schon so ewig. Ich weiß nicht, ob ich... Ewig? Ich will nicht wissen, wie lange du das hochlädst. Junge, das werden so viele Parts. Drei Tage später. Ja, jetzt ist ich schon zu spät. Eigentlich wollte ich jetzt in Part 1 sagen, dass jeden Tag ein Video um 18 Uhr oder so kommt. Geil! Dann hast du jetzt drei Wochen nur das hier. Du musst mal für die Schule schwänzen, ja, um das so früh hochzuladen. Nein. Jetzt echt, da muss ich das morgens früh starten. Nein, ich upload die einfach... Du kannst dir ja damals... Schedule, upload. Du kannst dir ja damals so einen Zettel von deinem YouTube-Partnerschaft geben und sagst, hier, ich muss nicht in die Schule, ich muss YouTuben. Du kannst die doch auf Privat stellen und dann genau dann kommen die dann... Ja, du kannst das schedulen, also dass das automatisch dann abgeloadet wird. Erscheint. Ja. Alter, Python ist noch so stark. Ich habe gerade mit einem Magazin fünf bis zehn Zombies gekillt. Was? Ich brauche hier mal eine Waffe hier, also. Du kannst bei deinen Abonnenten Xbox Live zahlen. Das wäre auch cool. Was machst du? Deine Abonnenten sollen dir Xbox Live zahlen. Warum? Aber der Maul empfiegt. Hör mal die Fresse an. Ja, was ist doch eigentlich von... Die wollen Videos sehen und damit Basti Videos aufnehmen kann. Die gucken die Videos weiter. Als wären die so meine Untertanen und haben das zu tun, Alter. Was laberst du? Na klar. Die gehen arbeiten und machen. Ich bin an zu dir. Ich bin an zu dir, Alter. Was ist da los? Ich glaube, ich kriege ein paar Dislikes. Scheiße. Junge, Junge, Junge. Die schreiben dir eigentlich auch. Was hast du genommen, ja? Basti, insgeheim wünschst du dir das doch, dass deine Abonnenten dir Xbox Live gold und das wünscht dich, jeder, verdammt. Die paar Euros... Euros? Ah, die sollen ja direkt fünf Jahre oder so zahlen. Genau, das erwarte ich. Jeder, jeder Einzelne. Einzelne. Habe ich bis an mein Lebensende und tausend Jahre länger Xbox Live. Yes. Geil. Da spielen noch deine Ur-Ur-Ur-Engel auf deinem Account. Haben die alle noch Xbox Live. Damals. Damals, 1918. Auf Origins. Basti würde die Codes verkaufen, war mal so. Und so sieht es aus. Ey, echt, Mann. Du musst dir mal so einen Account mit 5000 Jahre Xbox Live Gold machen und den verkaufen. Mal sehen, wie viel Geld du bekommst. Bestimmt nichts, weil keiner sowas sucht. Bestimmt. Wer holt denn so was denn? Wer sucht sowas denn bei Ebay oder so? 15 Jahre Xbox Live. Hä, warum bietet das keiner an? Verstehe ich nicht. Richtige Mongos. Wenn dann mit Xbox Live teurer wird, dann wäre es echt krass. Das ist ja echt so wie in der Börse. Ich spekuliere darauf, dass Xbox Live teurer wird und kaufe mir 100 Jahre. Wer denkt sich sowas denn aus? Oh, ich bin down. Nein! Alle, nein, ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Ich habe nicht auf den Bildschirm geguckt. Alle. Ich bin im Spawn. Alles zu dir. Beleb mich mal kurz, bitte. Nein, du bist jetzt sterben, Mann. Presse, ich bin im Spawn, Mann. Ich habe nicht aufgepasst von Samantha, warum hält Tim nicht? Ich schmeiß dir sein Headset wieder ins Klo rein. Jetzt komm! Meilt euch! Schön umrüh. Ich weiß gar nicht, wo du bist, Alter. Du Spawn. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ja, da komme ich nicht hin. Ja, wer kriegt denn dich da bitte? Ja, ich nicht. Ach, am Spawner? Dann kann ich durchs Feuerportal gehen. Nein, er hat mich schon. Dieser Stricher. Ey, ich bin kein Stricher. Tim ist es. Ich bin nicht damit aufgehört. Jetzt zum Maul, Mann. Jetzt kommt der Kommentar-Flame. Oh, Mann. Was, die Junge, was, die Mann. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich dachte dazu mal lieber nicht. Aber so schwer ist das gar nicht ohne Stäbe. Naja, ich renne ja auch hier im Crazy Place rum. Hier ist doch auch nicht schwer, um Juggernaut da um die Scheißteile rumzurennen, ja. Ja, du bist jetzt wenigstens wieder gut ins Spiel reingekommen. Ich hab nur keine Muni. Und die meisten Chaos. Ja, lustig. Oh, ich hab die wenigsten. Der war so gut. Der war echt so gut, ne? Ja, Mann. Ein bisschen eine Auszeichnung. Ja, Mann. Witzigster Mann des Jahres. Ey, MCA, hey, der gibt den ML-Kick. Ha, lustig. Oh, Diesel. Kann sein, dass ich jetzt nochmal sterbe. Und dann meldet er sich mit meiner Couch an. Warum netten wir denn eigentlich diesen Baller? Alter, der kommt schon... Nee, holt den mir hier weg, Alter. Nee, kommt zwei, Alter. Verpisst euch. Ich muss jetzt den Joker laufen. Verpisst dich, Alter. Hälft mir. Basti hat einen Goldhelm. Ja. Du hast einen Goldhelm. Ja, ich weiß. Der ist echt edel. Was sind denn da für Mist geworden? Oh. Aber langsam kommt mir das echt wie Minecraft vor. Du hast hier ne Schaufel. Kannst was zusammenhalten? Wow, Alter. Du hast nicht so'n Helm. Das ist halt Craft of Duty. Block Ops, ne? Ja, Block Ops. Ja, was? Das ist Call of Plastik, Mann. Call of Missgeburt. Das verstehe ich nicht. Ey, holt mir jetzt den Diesel, bauen wir hier weg, Mann. Ich hab keine Muni. Ja, ich töte den noch grad. Der schluckt. Der gibt mir ja einen Flamenwerfer ins Gesicht. Hab ihn getötet. Ja, das war schon so feiern, wenn ich danach endlich mal die Schrotflinten hätte, Mann. Ich hab hier immer noch einen MC auch, ne? Ja, das sind noch zwei. Wie viel schluckt denn der bitte? Ja, viel. Wow. So viel? Mit Deadshot der Kiri zieht ihr immer auf diesen weißen Punkt von dem, weil der weiße Punkt, da macht ihr voll viel Schaden, falls ihr das noch nicht wusstet. Ist ja edel, ich hab Deadshot. Der hat so'n weißen Punkt am Helm, falls du's noch nicht gesehen hast. Naja, hab ich nie drauf geachtet. Wenn du da drauf schießt, kriegt er richtig viel Schaden. Geht hier weg. Ich hab's safe für irgendjemand, der braucht. Tim, go. Ihr küsstet, ist ein Affe. Tim hat's wieder 9000. Ich hab fast 100.000. Ich hab wieder 6 Perks. Oh, ich hätt fast auf dem Xbox-Guide gedrückt, ne? Ich bin schon über den, der drüber geslidet. Hätt ich 1 Gramm mehr Kraft drauf gedrückt, hätt ich den aktiviert. 1 Gramm mehr Kraft, Mann. Kraft wird neuerdings in Gramm gemessen. Ja. Ja. Hahaha. 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 ARD Text im Auftrag von Funk